Hallo Leute und da willkommen zu einem neuen Tutorial. Wenn euch das Video gefällt gleich mal könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja und jetzt geht es gleich mal los mit dem Video. Also ich habe heute mal die einfachste, wirklich einer der einfachsten Varianten ausgesucht wie ihr den Server ganz, ganz einfach online stellen könnt. Zwar geht ihr auf VPN.net und dann habt ihr Hamachi. In der Mitte drückt ihr einfach mal auf download now. Ich bricht das jetzt mal ab, weil ich es schon habe. Und dann oder. Ne komm. Ich download oder. Jetzt los. Ich glaube ich hole es mir einfach mal schnell wartet. Zwar hier. Ich starte dann einfach mal das Setup hier. Wenn ihr es runtergeladen habt. Schau ich würde das komische Ding gerade aber egal. Zwei mal runtergeladen da. Ja egal. Auf jeden Fall ihr würdet da installieren. Und lest euch wirklich ein paar Sachen genau durch. Weil da steht. Weil es kann sein, dass da bestimmte Sachen mit installiert werden. Kann passieren, muss aber nicht. Einfach wenn wir nicht lesen dann. Und dann taucht dieses Fenster auf. Log me in Hamachi. Und dann müsst ihr euch normal auch erstmal anmelden. Vielleicht auch nicht. Es kommt drauf an. Einfach mal registrieren. Und dann. In eurem Postfach nachsehen. Müsst ihr dann eine Mail bekommen. Und dann einfach. Die akzeptieren. Und dann. Seht ihr angemeldet. Dann könnt ihr hier auf neues Netzwerk erstellen. Ich muss halt jetzt hier oben machen. Weil ich schon eins habe. Dann gebt ihr einfach hier. Den Namen an das Netzwerk. Ihr müsst halt jetzt wirklich auch. Das Passwort könnt ihr 123 oder irgendwas nehmen. Müsst ihr auch beachten. Mit Jaster. Das wird anscheinend sogar schon verwendet. Dass ihr halt auch. Jetzt wirklich was eingibt. Was noch nicht verwendet wird. Wissen wir jetzt mal herumprobieren. Ja da zum Beispiel. Das erste Netzwerk wird nicht verwendet. Und dann könnt ihr ganz einfach. Das ist wirklich mega einfach. Macht hier oben rechts. IPv4 Adresse kopieren. Geht in eurem Server in die Properties rein. Kopiert die IP-Adresse hier hin. Ich würde euch empfehlen beim Port noch. Einfach das Ende anders machen. Weil dann kann wirklich nichts schief gehen. Einfach mal abspeichern. Und den Server starten. Und Hamachi muss. Euer Freund muss Hamachi offen haben. Und du musst Hamachi offen haben. Also. Einfach. Dein Freund kann einem ganz einfach über bestehenden Netzwerk beitreten. Er gibt einfach Jaster-Netzwerk ein. Hier. Jaster-Netzwerk. Also den Namen deines Netzwerkes. Und halt das Passwort. In meinem Fall 123. Ja. Dann wird er hier angezeigt. Dann könnt ihr ganz einfach rechtsklick machen. Diagnose. Und wenn er da alles passt. Dann kann er. Müsst ihr ganz normal joinen können. Ihr könnt auch noch über das Netzwerk und Frage. Was ihr danach sehen. Wenn hier Hamachi steht. Oder hier bei Adapterinstellung. Hamachi Netzwerk Interface. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Ihr müsst auch beachten. Der Siamachi. Auf dem lokalen Datenträger C. Halt. Auf dem C Datenträger installiert. Und ja. Dann startet ihr einfach mal Minecraft mit der richtigen Version. Und startet das Spiel. So. Mehr Spieler. hier. Und dann fügt ihr die IP hin. Doppelpunkt 25566. Weil wir am Ende den 5er weg gemacht haben zum 6er. Aktualisieren. Dann wartet ihr kurz. Wie sagt euer Freund muss Hamachi offen haben. Und du musst es offen haben. Und das überhaupt. Hallo. Ich muss hier jetzt wieder neu starten oder was. Haben wir hier die richtige IP eingegeben oder. Ja. Müsste eigentlich alles passen. Der ist offen. 500 MB benutzt er. Boah. Und das dran Moment. Jetzt geht es gut. wahrscheinlich war das mein internet das gerade so lange gebraucht hat jetzt könnt ihr ganz normal markloft spielen mit eurem freund und jetzt zeige ich euch wirklich noch noch was cooles einzig wenn ihr zb nicht den server stellen wollt ja wenn ihr halt nicht zu erstellen wollen sondern gigabyte auf minecraft geben wollt jetzt auch anders und zwar können die der single player im lan öffnen dann einstellen wir sollen sollen schießt an schießt aus er gibt ganz einfach einen freund er muss halt hier drin sind im platzwerk gebt ihr die ip hier also ipv4 adresse diesen fort 50 802 50 802 also dann geht einfach direkt verbinden haut die ip rein und er gibt dann noch 50 802 rein und dann kann er aktualisieren in die lan welt joinern über hamachi wenn hamachi offen ist er hier drin ist und alles passt die macht eine die macht eine diagnose das passt dann gibt den dp und import den erhalt bei der lan wird da gerade erstellt habt also immer wenn er die welt verlässt der neu im lan öffnen drückte 50 824 ist jetzt da da muss euer freund hat wieder hier auf 824 stellen dann kann er wieder in die lan welt schönen auf gut deutsch es ändert sich immer es kann sich immer nur der port hinten ändern nur das muss einmal ändern aber wir kennen in der lan welt spielen zusammen und das ist ja wirklich krass weil das keine leistung braucht oder so zu können da wirklich ganz einfach zusammenspielen über machi ich empfehle wirklich die variante total weil es ist einfach wirklich mega nice ja verlinke ich natürlich auch in der beschreibung und bis zum nächsten mal lasst ein like oder name da oder beides und ja aber nicht vergessen wie gerade gesagt bis bald